Ah, okay. Drei, zwei, eins. Ja, ich hab getroffen. Willkommen zu eurer neuen Runde Let's Battle StarCraft II. Mit dabei ist heute der Amiga-Link. Hallo zusammen. Und, äh, ja, er und ich freuen sich schon auf dieses Let's Battle. Warum? Warum nicht? Weil wir uns freuen, äh, um eins aufs Maul zu kriegen. Ah, wer bekommt eins aufs Maul? Ich hab gehört, ich bekomme eins aufs Maul. Nee, ich garantiere. Egal, es geht um den Spaß. Es geht um den Spaß. Für den Spaß. Genau. Ich hab schon mal aufs Spiel starten gedrückt, ne? Also nicht, dass du dich wundernst, dass du gleich verloren hast. Ja, ich hab grad geschockt auf die Rasse geguckt, ob ich überhaupt richtig eingestellt bin. Aber hast du, ja? Ja. Dann ist gut. Wobei Protoss würde vielleicht noch lehnen, aber Zerk, keine Chance. Nee, es ist auch das erste Mal, dass ich jetzt hier gegen jemanden die Zerk benutze. Meines Wissens. Was mir Mut macht. Ja. Mir erst, du. Mir erst. Für die Zuschauer muss man sagen, äh, oder muss ich sagen, ich hab drei Jahre lang gar nicht gespielt. Äh, also das könnte etwas peinlich werden. Äh, ich definiere es so. Er bezeichnet sich als Kackbohn, ich bin ein richtiger Kackbohn. Abwarten. Meinst du? Ja. Okay. Bin ich immer gespannt. Ich auch. Bin ich schon tot? Das wär ein bisschen sehr früh. Ich halte es aber durchaus für wahrscheinlich. Nee, ich glaub, Selbstmord ist nicht möglich. Da müssten sie irgendwas ganz krass umgepatcht haben. Naja, es ist, es ist Blizzard. Die patchen alle Woche mal. Das stimmt allerdings. Äh, wir haben auch eine schöne Karten. Ich hab keine Mineralien. Hast du ein paar Mineralien für mich? Ähm, nee, aktuell nicht. Schade. Kann ich gleich nochmal fragen? Ja, hoffe ich doch. Dann ist gut. Oh, ich wollte den, ja, ist egal. Meinst du, dass es egal ist, ja? Ja, das hoffe ich. Ich verklick mich gerade. Okay. Super. Nennen wir es super. Nennen wir es super. So, jetzt hätte ich dir, ohne dass ich es wollte, ein paar Mineralien geben können. Ähm, wo könntest du denn rumschwirren? Ähm, da wo Platz ist. Ja, ja. Einfach mal überall kicken. Und damit Zeit verschwinden. Super. Ach, Zeit ist, braucht man nicht. Nein. Das ist, das ist wie, ich weiß auch nicht, ein Real Life, braucht man auch nicht. Real Life, was ist das denn? Das habe ich neulich gelesen. Hast du vorhin gelesen? Das war irgendwie eine Erweiterung fürs virtuelle Leben sein. Ey, cool. Macht das Ganze aber nur scheiße. Ach so. Und wenig Pixel und so. Kann ich das schon? Nee, kann ich nicht. Warum kann ich das nicht? Weil dir dafür der Skill fehlt. Ich habe keine Ahnung. Äh, ja. Ich nicht. Verdammt. Na gut, da machen wir alles. Ich habe es um richtig geraten. Das ist gut. Ja gut, kein Skill ist immer richtig. Ach so, immer. Oh, ho, ho, ho. Das wusste ich noch nicht. Bist du mal bald fertig da? Das braucht ja ewig. Das geht doch. Jetzt geht's. Hey. Hey, es geht. Ach, da bist du. Okay. Bin ich? Gut, dass ich gar nicht mitgekriegt habe, wie mein Scout dich gefunden hat. Dann habe ich auch nicht mitgekriegt, dass du mich gescoutet hast. Gut, dann habe ich ja schon mal einen Vorteil. Wobei ich gerade schon wieder verpennt habe, was zu machen. Standard? Ja. Standard eines Ungeübten. Aber gut, dass du nur ungeübt bist. Bei mir ist das Standardzustand. Okay, ich weiß auch, wo du bist. Erster? Ja. Warst du hier? Habe ich das übersehen? Ja. Oh, verdammt. Den da. Und den da. Und du bist her. Ich sollte... Okay. Ja, mach mal. Verdammt, geht nicht. Du bist so schlecht. Dann mach mal, dass es geht. Ja, ich versuch. Sehr gut, weitermachen, bitte. Das große Problem gegen einen Zerg ist ja, die Basis dicht zu kriegen. Meinst du? Ja. Okay. Alte Erfahrung, ob das noch gültig ist, weiß ich nicht. Ja doch, ist noch gültig. Erweiterung fertiggestellt. Wo stellen wir den denn mal? Da stellen wir ihn mal. Kommst du denn voran? Klappend, würde ich sagen. Okay. Ich verkackele jetzt so oft. Ich aber auch hier. Grad schon ziemlich schlimm. Da gammelt ein WBF rum, der nicht rumgammeln dürfte. Wann gammelt der denn rum? Weiß ich nicht. Der abgelaufen. Ja. Die haben ja die blöde Angewohnheit, nix von selber zu tun. Holt. Wann hab ich das weggeblüht? Weil du es kannst. Nee, nee, weil ich es nicht kann. Ach so. Auch ernsthaft. Muss das sein. Keine Hobbys. Nee. Oh, da ist offen. Verdammt. Ihre Streitkräfte werden angekriegt. Ach so. Okay. Wie krieg ich denn da jetzt zu? Das gefällt mir gar nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Nein, ist aber falsch. Bin ich schon tot? Nee, das dauert noch ein bisschen. Und da habe ich mich verklickt. Den kann ich gegen dich gar nicht gebrauchen. Schade. Glaube ich. Das ist ja, glaube ich, eins meiner höchsten Probleme im Moment bei dem Patch. Mensch, ich weiß gar nicht, was jetzt geändert wurde und was nicht, im Vergleich zu früher. Kann ich dir aber auch nicht sagen. Ach, ich Idiot. Okay. Du hast schon expandiert. Du hast schon expandiert. Nicht aus Jux und Tollerei einfach mal irgendeine Zufallsrasse genommen. Was ich auch gerne mache. Weil ich ja sowieso keinen Plan vom Spiel habe. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Das wird wahrscheinlich ein Fehler sein. Aber egal. Was hat er denn jetzt gemacht? Was ist denn das? Okay. Kann man essen. Nee, dafür sah es zu Metallern aus. Obwohl. Okay. Ich glaube, das macht einem Zerg nichts. Nee. Geht's noch? Kannst du mich doch nicht zu jene Fremde halten. Na, nicht wirklich Absicht. Okay. Hallo, scheiße. Nein, ich bin nicht dein Mittagessen. Hau ab. Ich mag aber besonders keine Menschenfleisch geröstet. Shit. Wenn du mal schickst du so, mach oder hör mehr mit, dann kann ich auch gleich hier Grillfleisch produzieren, ja? Ja. Okay. Danke. Okay, da ist dein Tag nicht oder du hast keinen Tag? Eins vorbei. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Kackbohnen. Und ich hab einen Supply-Block. Haben wir alle mal. Alter, was mach ich denn da? Mist. Ja. Okay. Dann sind wir uns ja einig. Gott, ist das peinlich. Sagst du. Hier darf keiner zugucken. Ich hab mich zu verstandert. Hier darf keiner zugucken, der Ahnung von dem Spiel hat. Ja, das stimmt. Aber, äh. Das ist nicht schwer. Obwohl, doch. Doch, eigentlich ist es sogar schwer. Ähm. Hatte ich nicht. Na nun. Hm. Warum hatte ich das nicht? Weil du das nicht angeklickt hast. Das ist ganz schlecht jetzt. Ja, ist es. Oh, oh, okay. Irgendwo hast du Tech. Die Frage ist nur wo. Oh, verdammt. Ich brauche. Bin ich schon tot? Nein. Und bei dem Scheiß, den ich hier mache, wird das auch, glaube ich, noch mal eine Weile sauer. Ja. Scheiße. Jetzt würde ich eher sagen, ich bin tot. Na, ich würde es noch nicht sagen. Doch, doch. Würde ich ziemlich. Bist du sicher? Ja, ich bin mir da ziemlich sicher. Weil, die Jungs, die die Jungs, die du da in der Hand hast, unterholen können, habe ich zu wenig. Das ist gar nicht schlimm. Damit komme ich zurecht. Ja. Verdammt. So, wo ist meine Eko hin? Ist weg. So, ich brauche also von wenig und habe keinen Supply. Mann! Oh, tut mir aber fast leid. Du bist also auf Luft. Ich mache mir gerade Sorgen, wo du überhaupt bist. Wieso? Weil ich noch nichts gesehen habe, wo du das, was da gerade ankam, bauen kannst. Ja. Mir ist fast leid. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Aber, wie gesagt, nur fast. Nur fast. Ja, glaube ich dir auch einig. Weiß erschöpft? Ach so. Nicht schlimm. Müssen wir doch mal. Oh! Was denn? Ich habe da, glaube ich, mehr losgeschickt, als ich wollte. Ne, ich habe es gar nicht losgeschickt. Okay. 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 Ach, nö, muss das jetzt sein? Ähm, was ist das da? Was entdecke ich denn da? Zerklinge! Bin ich schon tot? Streitkräfte werden angegriffen. Ne, leider nicht. Okay. Auf was schieße ich da? Auf deinen Untergang. Ach, ich schieße gar nicht. Uah! Okay. Mineralienfeld erschöpft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin ja gerade so am losen. Ist ja eckbar. Meinst du? Ja. Okay. Ist gut. Weitermachen. Ach, da habe ich auch noch was. Ja, da hattest du auch was. Du hast durchgeführt. Mineralienfeld erschöpft. Zu Glück hattest. Ja, mach mir Mut. Warum baut er nichts? Weil er nicht kann. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Was ist erschöpft? Oh Mann. Oh Mann, was? Mein Fehler von vorhin, der kommt gerade ganz krass zum Tragen. Ah, okay. Alter. Alter, was? Marauder können nicht in die Luft schießen. Das war mein Plan. Verdammt. Macht sie fertig, Jungs. Macht sie fertig. Wo bist du jetzt? Ach, immer noch da. Ja, da kannst du mich ruhig abräumen. Das ist ja traurig. Nein, das ist auch okay. Wobei, ich hab verloren. Meinst du? Ja, bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich glaube ja nicht. Doch, doch. Nee, ich glaube nicht. Doch. Nee, glaube ich nicht. Doch. Okay. Und warum? Weil ich keine funktionierende Eco mehr hab. Ich hab sowieso eine Schießmeco. Alter, was hast du denn da alles rumstehen? Geht's noch? Äh, etwas, was dich hoffentlich aus der Luft holt. Ja, das ist richtig. Es hat dich aus der Luft geholt. Das Problem ist halt, dass ich hier am Bunkern bin, was mich im Endeffekt nichts bringt. Ja, tu doch was dagegen. Ja, hätte ich gern gemacht, kann ich aber aktuell nicht mehr. Ähm. Weil, ich habe kein Einkommen. Ich auch nicht. Das glaube ich nicht. Okay. Habe ich halt teilweise kein Einkommen. Soll ich den jetzt hier machen? Das ist okay. So. Und so. Was? Wovend denn der ist, die Viren? Ja, das bringt ja nix. Nee? Nee. Mach mal mir doch einfach fertig. Wenn ich wüsste, wie, würde ich das tun. Mit deiner Armee vielleicht? Mit meiner Armee. Ihre Schreifskräfte werden angegriffen. Machst du denn da schon wieder? Mach das nicht! Ach nie darf ich Sachen machen, die mir Spaß machen. Also wirklich. Oh nee. Oh nee. Einfach mal nee. Doch, doch. Nein, Mann. Doch. Dann machst du noch richtig. Ja, bin dabei. Okay, weitermachen. Bin ich schon tot? Bist du an der Gold? Nee. Was? Ja, ich habe gerade gedacht, du wärst an der Gold. Nee. Jetzt gerade nicht. Ja, komm doch. Komm doch. Do it. Good now. Und das war's. Ja, wirklich. Würde deine Queen mal aufhören, auf mir rumzuhacken? Danke. Herzlichen Dank getan. Warum ist dein WBF dabei? Das weiß ich auch nicht. Stell mir nicht so komplizierte Fragen. Okay. Warum ist dein WBF nicht zu Hause? Ähm, er hat, äh, weiß nicht. Er wollte einen Ausflug machen. Ah. Weil dieses WBS mit eigenem Willen ist wirklich. Ja. Ähm, ich lebe immer noch. Was kommt denn da? Das sind die Drohnen, die da zur, äh, Ersatzlage gefahren sind, weil, äh, ne? Gucken wir doch mal nebenan. Jaja, klar, ich habe das wieder aufgebaut. Es war immer noch keine Drohne dran gebaut oder sowas. Nein. Weil ich bin ein Kack-Dum. Ähm, man, 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 man. Der Witz ist, ich habe kein Einkommen. Ja, ich hatte starke Probleme mit dem Vespin-Gas. Weil halt die, die, die Dinge zu teuer waren. Was krank mich da an? Och, Zerklinge. Ein paar Zerklinge, ja. Ja, jetzt habe ich definitiv kein Einkommen mehr, weil ich hier keine Kristalle mehr habe. Jetzt ist für dich... Du hast ja noch eine Basis. Ja, ja. Aber da sind keine Kristalle mehr dran. Genau das Problem habe ich nämlich auch. Beende es. Was ist das da? Träck mich nieder mit deinem Hass. So, und meine... Versuche es. Ich denke, es war nämlich hier hinter der Kristallwand, was du da nicht ausgespäht hast. Aha. Ja. Ganz refiniert von mir, ich weiß. Bin ich jetzt gerade wirklich bei dem letzten Rest von dir? Ja. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ach so. Hm. Ich habe doch erwähnt, ich bin ein Kaktoon. Ja, okay. Aber dass ich so ein Kaktoon bin, hast du nicht geglaubt. Äh, nee. Nicht wirklich. Aber es gibt irgendwann eine Revanche. Das können wir gerne machen. Tatsächlich, ey. Ich brech ab. Ich brech ab. Also hätte ich echt nicht gedacht. Wieso? Ähm, ja. Weil hätte ich nicht gedacht. Ach so. Okay. Warum kriege ich die Punktübersicht jetzt nicht? Ich kriege sie. Ah, da kommt sie. Dauert halt ein bisschen, ne? Oh, die Leistung interessiert mich nicht wirklich. Wo war denn diese Grafik? Diese Grafik. Die Graf. Unter Grafik. Unter Grafen. Ne, da ist meine Kurve einfach nur steil bergab gegangen. Okay. Sieht sehr interessant aus, meine Kurve, nicht wahr? Sieht wirklich sehr interessant aus. Es sieht so aus, als wäre ich erst mal AFK gewesen und hätte dann also alles auf einmal gekriegt. Oh, genial. Aber ich glaube, ich habe in der Zeit tatsächlich nicht wirklich irgendwas gemacht, weil ich irgendwie verwirrt war oder sowas. War wahrscheinlich ein Fehler. Ja, ganz sicher. Weil ich konnte zu dem Zeitpunkt schon nichts mehr. Du hast mir wirklich meine Eko zerstört. Ja. Und mein Problem war halt, dass ich mit viel zu wenig bei dir hingegangen bin. Ähm. Und ja, in dem jetzigen Fall wird es auf jeden Fall zutreffen, ja. Weil sonst hätte ich dich nicht abwehren können, wenn du mit mehr gekommen wärst. Aber grundsätzlich, das ist ein Fehler, der mir bei mir bekannt ist. Ich sammle zu lange. Ich warte zu lange mit dem Angriff. Ja, deswegen kriege ich meistens eins aufs Maul. Ja, man weiß ja, woran du arbeiten kannst, ne? Ja, das habe ich aber zu, ja, wie ich noch aktiv war, schon versucht, dran zu arbeiten. Und ich habe es nicht hingekriegt. Ja, irgendwann schaffst du das. Ich glaube ganz fest an dich. Ich glaube nicht. Na gut, war aber auf jeden Fall schon mal lustig. Ja, war lustig. Habe ich gerne gemacht. Und wie gesagt, halt auch gerne wieder. Ja, gerne wieder. Und ja, schauen wir mal, was das nächste Match bringt, ne? Okay. Ich verabschiede mich von den sämtlichen Zuschauern und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich auch. Ciao. Ciao.